Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme heute in einem Projekt, was ein paar YouTuber, ja okay, nicht richtige YouTuber, aber die schon genug Abonnenten haben. Der ist schon der Nächste, der im Projekt ist. Hi. Ähm, und ja, aber ich, okay, ich nehme nicht alleine auf, sondern der liebe, ähm, Max ist dabei. Hallo. Bloß ist er leider nicht dabei, dadurch, dass er keinen Kanal hat. Ja, ich würde sogar mal unterfragen, ob ich einen machen könnte, wenn der kleine Ding weiß, was ich meine. Ja, gut, dann fange ich mal an hier, so mal ein bisschen. Oh, ich überlege noch, wo ich baue. Aber hier sind schon mal ein paar Teilnehmer. Ja, und... Aber ich kann hier noch gar kein Holz abbrauchen. Josi, Josi, ähm, ich... Ja, für die Leute, die jetzt nicht wundern, hä, wie ist es denn dabei? Ich spiele Gommos. Und ich habe gleich in der ersten Truhe mit Schutz 2 Dierstiefen gefunden, in der ersten Truhe. Ja, ist doch gut. Weiß ich, und ich freue mich voll, na, kunde. Und dann... Vielleicht steht das mal in dir hin. Die Helm! So... Das ist bei dir! Skook! So, ich fange hier auch mal an, gleich mit Werkbank und alles. Dann lege ich mir noch hier ein bisschen mehr Holz zu, zum Bauen. Vielleicht nehme ich mal mit den anderen zusammen auf. Ich weiß es nicht. Hm... Gut, dann überlege ich mir schon mal, wo ich baue. Ja, ja. Ja, ja. Nicht, dass ich wieder zu leise rede. Weil, ich baue jetzt... Ich glaube, ich fange hier an zu bauen, da wo ich jetzt bin. Jetzt, Max, ich zeige es dir nachher in der Bildschirmvertragung, wie es hier aussieht, okay? Ähm... Hier, die Insel, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich baue hier so... Hier so, würde ich mal sagen. Außer... Hm, ich weiß nicht direkt, wo ich bauen soll. Das ist... Da war noch zu viel Platz. Alle haben zwar den gleichen Skin, fällt mir gerade auf. Welchen? Nein, nein, nein. Ich habe überlegt, wo ich bauen soll. Ich habe dich überlegt, wie ich die Insel überleben soll. Weil er will sich einfach nur vorfragen. Er mag es eigentlich, wenn du die Aufnahme schaust. Sonst siehst du ja eigentlich, wie sie aussieht. Und wenn ich mit Bildschirmübertragung hier rumlaufe, dann wird es richtig schlimm. Hm, ich überlege gerade, soll ich auf den Berg gehen? Oder baue ich hier unten? Oh, Mann, oh, ich bin tot. Oh, kann ich von mir jetzt auf den Berg bauen? Ja, keine Ahnung. Ich war unter dem Top 6. Ich wurde von Märchen 30 unter Strich 12 getötet. Ich glaube, ich baue jetzt hier. Mhm. Ja, ich baue hier. Ich habe mich entschieden. Moin, Leute. Hallo zu einer weiteren Aufnahme noch dazu. Äh, weil die erste, die hat jetzt, würde ich mal sagen... Ach. War ein bisschen zu lang, deswegen nehme ich jetzt mal hier nochmal kurz auf. So. Ja, dann, ähm... Ich habe mich schon ein bisschen weitergebaut. Für die Sü. Hier war mein... Ich habe mein Haus-Anwältin. Wie, der ist ein Ad gedreht. Äh, ja, ich habe... Texture-Pack-Änderung, weil... Es ist mir jetzt eingefallen, wir müssen die alten Modelschüsse nehmen. Ja. Was macht denn jetzt Erik da unten? Okay. Okay. So. Ähm... Ich mache mal hier so kurze Klarscheiben. So. Und vor, weil ich komme mich jetzt hier drum. Hier mal ein bisschen weiterbauen sollte. Ich zeige euch auch gleich ein bisschen das Dorf noch. Ich muss eben kurz das Wasser springen, wo ich... Äh, jetzt wuppelt es ja auch noch. So. Aber gut. So. Diesmal kann ich am Anfang noch skype ich alleine. Skype ich auch noch alleine. Mhm. Skypen tue ich immer alleine. Wisst ihr? Egal. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich... Ich gebe es da hier. Jetzt brauche ich wieder viel Kabel. Hier baue ich so einen kleinen Stehkern. Ach so. So. Muss ich dann noch ausprobieren, dass es dann aussieht am Schluss. So. Entschuldigung, ich muss nur noch eins machen. So. So. Perfekt. Das sieht gut aus. So. Ich könnte mal einen Stehkern. Oh, was ich vergessen habe. Ich muss ja hier noch die Decke machen. Was für ein Mini-Huble eigentlich reicht. Ich muss ja hier noch ausprobieren, dass ich noch ausprobieren kann. Ich muss noch ausprobieren, dass ich noch ausprobieren kann. So, äh, bin aufs Leiter vorbei. So... 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 Er, ich hätte das noch nicht... So. So halt eine Art und dann habe ich hier noch die Innere. Dann steck ich das Kabel. So, das wird schon gehen. Ja, also eine Art wieder mein Haus. Dann packe ich da noch ein Dach drauf, weil ich mich nach unten wieder ausbauen werde. Und... Warte mal. Das ist nicht so gut. Ich muss das hier noch mal kurz rein. Ha, ich brauche ja noch Türen. Eine Türen muss ich aber noch haben. Dann laufe ich durchs Dorf mal kurz. Ich glaube, ich muss hier so rumstehen. Ha, das wird schon gehen. Gehen wir mal. So, ich... So, ich habe schon Diamantrüstung... Äh... Eisenrüstung mit Diamantstiefeln. Die habe ich aber geschenkt bekommen. Weil daraus hätte ich mir... ...aus diesen Diamanten hätte ich mir einen Diamantspitake gemacht. Das ist das Closter. Closed. Closen. Ich muss das mal anziehen. Ich muss das mal anziehen. Das ist mir egal. Das ist so. Cool, das ist mit einer Bank. Das ist hier mal auf die Bank. So, schönen Tag heute. So, jetzt stehen wir mal wieder auf. Wir wollten hier eigentlich gebaut. Nachrichten an die Kiste legen. Wir wollten hier, der ist so schön, okay. Keine Ahnung. So. Ah, Werkband kann jeder hernehmen, oder? Ja. Okay, das sieht jetzt auch nicht so schlecht aus, kann man sagen. Schauen wir mal hier so. Oh, guck, guck. Ah, der ist halt vom Saur gegangen. Stimmt. Der ist gerade gegangen. So. So. Was geht hier so ab? Außer das da. In Liebe her. Was haben wir jetzt? Oh. Ah. Oh klar, oh klar. Oh. Da hinten ist noch jemand. Hallo. Ähm. Ich hab keinen Abyss. Oh. Der hat es auch noch richtig edel gemacht. Ja, Max. Ah, hier ist die Schalkafel. Das Schwein ist vorne. So. Jobs. Äh. Und... ... ... Waldbauer Hof Auftragskiller auf eigenen Verantwortung spielt der das hier benutzt und das ist ja okay das steht herzlich willkommen Ich will auch So Ich will sie mitnehmen Oh, dann gehen wir mal wieder ins Haus Ich mache doch die Bäume hier fällen So Ja, das war noch mal kurz ein kleiner Einblick Oder umbaut noch jemand Ähm, kurzer kleiner Einblick halt und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge Dann mache ich mich gleich ein Schneiden damit es heute noch hochkommt und Tschüss 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 Sch